Schön, dass ihr reinschaut bei TweakPC. Wir werfen heute einen Blick auf ein wahres kühler Urgestein, kann man sagen, aus dem Jahre 2009, nämlich den Zalman CNPS 9900 LED. Manche von euch dürften den Kühler sicher noch kennen, war damals sehr bekannt in Zeiten von Intel Core-to-Quad, Core-to-Duo und auch diversen Phenom- und Athlon-Prozessoren. Was der Kühler so kann, wo ich den her habe und was es damit auf sich hat, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und wie immer vor dem Test freuen wir uns über eure Unterstützung in Form eines Daumen nach oben, eines Abos, eines Kommentars oder auch gerne, wenn ihr die Glocke aktiviert. Ich habe mir den CNPS 9900 LED gebraucht bei Ebay geschossen für sage und schreibe 15 Euro. Warum das Ganze? Es hat mich einfach interessiert, kann ich denn auf einem neueren Sockel, in unserem Fall hier AM4, denn den Kühler noch benutzen? Was leistet er bei der Kühlleistung? Wie schaut es mit der Lautstärke aus? Oder einfach mal generell so, wie schlägt sich denn ein zwölf Jahre alter Kühler gegenüber neueren Modellen, zum Beispiel auch aus den letzten paar Jahren? Der CNPS 9900 LED Kühler ist dann ein Vollkupferkühler, das ist für heutige Verhältnisse schon mal eine große Besonderheit. Liegt unter anderem natürlich auch an den gestiegenen Materialpreisen. Er ist 15,9 Zentimeter hoch, also ein bisschen im Rahmen, wie man das von heutigen Kühlern kennt. Man setzt in der Mitte auf einen 120-Millimeter-Lüfter, der auch über blaue LED-Beleuchtung verfügt. Ja, damals gab es noch kein RGB. Die LED-Beleuchtung ist hier irgendwie ein bisschen ausgefallen bei dem Modell, stört mich nicht weiter. Nur zur Info am Rande, normalerweise leuchtet das ein bisschen schicker, hat eine Umdrehungszahl von 1000 bis 2000 Umdrehungen und wird via PWM-Kabel angesteuert. Auch sleeve-technisch das Ganze bei Lüfterkabeln war damals das noch nicht so das Thema. Eine weitere Besonderheit neben dem Vollkupfer, das ist das Layout für heutige Verhältnisse zumindest. Man setzt hier auf 36 Millimeter Kupferheatpipes, unten ist auch eine Kupferbodenplatte installiert. Die sind kreisförmig dann gebogen, eine vorne und zwei hinten und darauf sind dann ringförmig die Kupferlamellen fixiert, die dann dafür sorgen sollen, dass die Abwärme aufgenommen und entsprechend durch den Lüfter abgegeben wird. Ist designtechnisch ein bisschen was anderes, wie wir heute kennen, finde ich allerdings sehr schick. Wenn die Beleuchtung noch ein bisschen mehr leuchten würde, hätte das auch noch einen schöneren Effekt. Was man auch noch dazu sagen muss, der Lüfter saugt quasi schon mal durch die vorderen Lamellen kühle Luft an, wärmt die schon mal also ein bisschen vor und presst sie dann durch die hintere Lamellen raus. Somit quasi ein Sandwich-Design mit einem Lüfter nur in der Mitte, zumindest bei diesem Modell. Was auch noch sehr schön ist, am CNPS 9900 LED, eure Abwärtsspeicherslots bleiben auch auf AM4 nach oben hin frei. Jetzt natürlich noch die viel interessantere Frage, wie wird denn das Ding montiert, wenn der zwölf Jahre alt ist, wieso passt der auf den AM4-Sockel? Ganz einfach. Zahmann hat damals auf diese Klammerbefestigung vom Retention-Modul gesetzt, wie wir sie heute auch von kleineren Kühlern oder auch von diversen Boxkühlern aus dem Hause AMD kennen. Deshalb konnten wir den hier auch einfach auf einem AM4-Mainboard fixieren, einfach mit dieser Halteklammer. Das war jetzt mal ein bisschen vorgeblänkelt. Ich würde sagen, wir schauen uns mal die Temperaturen und die Lautstärke an und da haben wir nämlich einiges Interessantes festgestellt. Bei der Kühlleistung haben wir hier etwas sehr Interessantes festgestellt. Die Kühlperformance mit maximaler Drehzahl vom CNPS 9900 LED ist wirklich mehr als beachtlich, auch im Vergleich zu moderneren Kühlern kann das sich wirklich sehen lassen. Gibt es nichts daran auszusetzen. Es gibt allerdings einen großen Haken, den schauen wir uns gleich bei der Lautstärke an, aber prinzipiell einfach nur mal von der Kühlleistungsseite betrachtet, gibt es da echt nichts daran auszusetzen. Ihr könnt auch hier einen 2700X, wie in unserem Fall, problemlos auf angemessenen Temperaturen halten, was ich doch für einen zwölf Jahre alten Kühler sehr beachtlich finde. Jetzt kommen wir allerdings bei der Lautstärke zum großen Aber, denn der Kühler ist wirklich störend laut und maximaler Umdrehungszahl von so 2000 Umdrehungen ist der schon laut hörbar oder störbar aus dem System wahrzunehmen. Ist jetzt nicht weiter verwunderlich bei einem älteren 120 Millimeter Lüfter. Man muss dazu sagen, das Lager ist wirklich noch 1A, da schleift nichts, da hört ihr nichts, das ist wirklich sehr hochwertig. Es geht prinzipiell einfach nur um den Lüfterton, der hier produziert wird und der ist in unseren Augen wirklich störend. Damals muss man dazu sagen, vor zwölf Jahren war jetzt das Thema Seilen und Belüftung auch noch nicht auf dem Niveau, wie wir das jetzt heute zum Teil haben. Deshalb sei ihn das in gewissen Grenzen verziehen. Wir haben auch dafür nur 15 Euro ausgegeben. Dennoch angemerkt, wirklich leise wird der Kühler erst, wenn er ihn auf 1000 Umdrehungen runter regelt. Dann geht allerdings leider auch die Kühlleistung flöten. Der Zalmann Cnps 9900 LED ist ein zwölf Jahre alter Vollkupferkühler, der sich kühlleistungstechnisch nicht vor modernen Kühlern verstecken muss. Auch bei der Montage mit der Klammer. Ihr seht, das ist eigentlich eine zeitlose Montage, wo ihr auch noch einen uralten Kühler auf ein ganz modernes Mainboard drauf packen könnt. Das finde ich eine wirklich sehr schöne Sache. Bei der Lautstärke hingegen fällt er natürlich deutlich ab. Damals war das Thema Silent und Lautstärke noch gar nicht so im Markt vorhanden. Es sind ja auch schon zwölf Jahre vergangen. Es sei dem Kühler verziehen. Es ist ja ein waschechtes Urgestein. Wie gesagt, viele von euch kennen den Kühler vielleicht noch. Wovon wir sehr beeindruckt sind, das ist die Kühlleistung. Jetzt mal abgesehen von der Lautstärke. Das ist wirklich beachtlich für so einen älteren Kühler. Und im Umkehrschluss heißt das auch für euch, wenn ihr vielleicht gerne ein Retro-System basteln möchtet oder ihr schaut gerne auf Ebay rum oder irgendwo, schaut doch mal nach so alten Kühlern. Wenn ihr entsprechendes Montage-Zubehör dabei habt, dann könnt ihr den durchaus auch noch vielleicht für den Bastel-PC oder auch für euren eigenen PC benutzen, wenn ihr natürlich Spaß an so einem Design habt. Ja, das wäre mal von uns so ein kleiner Rückblick. Eine Weile zurück, zwölf Jahre. Jetzt sind wir natürlich noch an eurer Meinung interessiert. Habt ihr prinzipiell Interesse an solchen älteren Sachen, die man vielleicht auch in neueren PC-Systemen einsetzen kann? Kühler sind hier natürlich ein sehr passables und gutes Beispiel. Oder habt ihr Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreibt uns das doch sehr gerne unter dieses Video. Ihr wisst, da freuen wir uns immer sehr drüber. Ja, und in diesem Sinne, danke, dass ihr reingeschaut habt. Und wenn euch unsere Arbeit gefällt, freuen wir uns ja über eure Unterstützung in Form eines Abos, eines Daumen nach oben. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr keines mehr unsere Testvideos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier bei Tweak PC einfach wieder.